Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Und dann können wir da Colin Farrell im Fatsuit angucken, wie er durch Gotham City wabert und einmal die Unterwelt an sich reist. Wir sind drei Dudes, die nicht in Gotham City wohnen, soviel sei hier mal gespoilt. Ich begrüße herzlich den Maurice und den Heiko. Hallo! Moin Sie! Ich bin 1Andi und habe heute große Freude mit euch zusammen eben Folge 6 zu besprechen. Die trägt den englischen Titel Gold Summit und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass wir die ja dann doch irgendwie vorab bekommen haben, sogar mit Untertiteln. Ist es krass oder ist es krass? Ich habe die aber direkt wieder ausgeschaltet, weil die so komisch so, die Anzeigedarstellung war so weird, weil dann so, die so drei Linien hatten, auf denen die Untertitel angezeigt werden konnten. Ich war dann so, hä, warum, was, wer sagt jetzt was? Da habe ich gemerkt, dass ich zu sehr auf die Untertitel geachtet habe und habe die ausgemacht. Ich dachte, das wäre bei mir, ja, ich dachte die ganze Zeit wäre ein Fehler, der nur bei mir ist, weil ich musste es auf einem kaputten Laptop-Monitor gucken. Diese Screener-Seite, auf der wir immer die Folgen bekommen, hat nicht zugelassen, dass ich das irgendwie so dopple auf mein iPad, was ich gerne gemacht hätte, weil mein MacBook-Monitor ist halt am Arsch. Und so habe ich halt mit so einem Riss durch das ganze Bild und mit so ein paar Farblinien unten und an der Seite und eben diesen Untertitel, die so quer über das ganze Bild gehen, die Folge geguckt. Aber ich muss sagen, nach fünf Minuten war ich trotzdem drin. Ja, absolut. Außer da, wo sich die Untertitel dann teilweise auch überlagert haben. Zeitweise hatte ich in meiner Anzeige auch so drei Sätze übereinander, sodass du eigentlich kein Wort mehr richtig lesen konntest. Ja, cool. Also keine Empfehlung für die Screener. Es ist also für die Presse jetzt nicht so richtig geil gemacht. Wenn ihr das dann irgendwann auf eurem richtigen Streaming-Dingsbums da zu Hause abrufen könnt, liebes Publikum, dann ist es hoffentlich ein bisschen netter. Mich würde auch mal interessieren, einfach weil ich noch gar nicht die Gelegenheit hatte, wie eigentlich die deutsche Synchro ist. Ich vermute mal, Jungs, ihr habt auch noch nicht einen einzigen Ton der deutschen Synchro gehört, oder? Uh, das sollten wir uns für die nächste Folge auf jeden Fall mal vornehmen, das irgendwie hinzukriegen. Ob sie seine auch Standard-Synchronstimme genommen haben, ob sie die aus dem Film gekriegt haben. auch immer ja spannend, ist das so dieses, ja, nee, der Sprecher jetzt für die Serie ein anderer, aus irgendeinem Grund. Und man ist immer so, oh, warum? Das mag ich nicht. Wer ist diese Person? Ja. Ich habe auch The Batman nicht auf Deutsch gesehen, von daher wüsste ich gar nicht, wie er in der deutschen Synchro vom Film klingt. Aber es ist echt ein guter Punkt. Sollten wir alle mal reinhören, um das auch noch abzufeiern in der nächsten Folge. So, dann könnten wir loslegen. Vorher will ich euch noch eine Wahl geben, euch beiden. Ihr müsst jetzt entscheiden. Ich habe hier zwei verschiedene Biersorten vor mir stehen und die brauche ich nach so einem Wochenende auf jeden Fall. Ich habe einmal, das ist so eine lokale Nano-Brauerei bei uns hier um die Ecke. Das eine ist, also ich verrate jetzt nicht die Marke, keine Sorge, aber die Charge heißt Schwarzes Schaf. Das ist ein schwarzes Pilz. Oder aber scharfer Hahn, Spicy Ginger Beer. Was ist neiser. Ich war so gespannt auf die englische Übersetzung und war froh, dass es nicht so übersetzt wurde, wie ich gedacht habe. Aber ich würde trotzdem das zweite nehmen. Einfach wegen der vertanen Schaf. Ja, der Hahn, ich meine, das ist vogelthematisch, passt zum Pinguin, aber das schwarze Schaf passt ja auch zu ihm. Ich würde sagen, du musst beide trinken. Uhuhuhu. Challenge accepted. Aber wichtig ist, du darfst sie nicht nacheinander trinken. Du musst sie mit so einem Spezi zusammen mischen. Ja, genau. Das ist für diese Nano-Biere auf jeden Fall immer die Mikro, wie heißen sie hier, diese Biere auf jeden Fall immer eine gute Kombi, eine gute Idee. Top. Du könntest dir, glaube ich, keinen schlechteren, also ich weiß nicht, wie es bei Highcore aussieht, aber ich kenne mich mit Bier ungefähr so gut aus wie mit Zigaretten. Keine Ahnung. Nimm das, was am wenigsten nach Bier schmeckt, wäre immer meine Empfehlung. Also Rohrperle. Nee, ich habe überhaupt kein Problem mit Bier. Ich trinke gerade einen Tannenzäpfle, aber ich würde es nicht rauchen. Einen Tannenzäpfle würdest du nicht rauchen? Hast du keine verrückten Jugendsachen gemacht? Da muss ich kurz verzeiht mit dieser Geschichte. Kennt ihr das, wenn man auf Partys so verzweifelt ist, dass man so Hunger hat, dass man alles isst. Und dann war ich auf einer Party, wo es wirklich in dem gesamten Haus, gab es nichts zu essen. Das war bei so einer reichen Familie, aber irgendwie war nichts zu essen da, aber ganz viel Alkohol. Und dann gab es diesen einen traurigen Moment, ich war irgendwie 16, 17, keine Ahnung. Warum habe ich da überhaupt schon Partys gemacht? Was war mit mir los? Auf jeden Fall habe ich dann mal probiert, wie es wohl schmecken würde, Tee zu essen. Also wenn man so hungrig ist, da sind ja Kräuter drin. Das kann nicht schlimmer sein, als gar nichts zu essen. Und doch, keine Empfehlung. Ja, Leute, das sind die Profis, die für euch heute The Penguin Folge 6 besprechen. Wir essen Tee, wir rauchen Tannenzapfen. Wir sind auf jeden Fall überqualifiziert, würde ich sagen. Aber wir sind nicht alle auf Partys von reichen Leuten, so viel kann ich mal verraten. Ich bin inzwischen auch nicht mal eingeladen. Aber apropos reiche Leute, jetzt kommt hier die super Tangent, nee, nicht Tangent, Überleitung. War das für euch auch so, wir sind zum ersten Mal quasi in der Gegenwart. Also wenn die Zuhörer das hier hören, sind wir nicht mehr ganz so weit in der Vergangenheit wie einst. Und dadurch, dass wir jetzt aber so einen krassen Abstand hatten, war das ja quasi so, dieser Zeitsprung, der ja auch in der Serie passiert ist, war voll passend. Also ich bin so zurückzukommen, war so, ach, der Oz hat auch jetzt so länger nicht mehr, also der hat weitergemacht in der Zeit, wo wir nicht so geguckt haben. Das ist ja cool. Ja, das stimmt. Wir hatten es ja schon mal angesprochen, wir haben die Folgen vor Monaten teilweise schon geschaut. Und jetzt sind wir sozusagen up to date, weil wir nur mit einem Tag Vorsprung die aktuelle Folge schauen. Ja, und das hat total gepasst, dass er erst mal mit so einem Zeitsprung angefangen hat, weil ich auch dachte, oh cool, da ist eine Menge passiert in der Zeit, wo ich nichts geguckt habe. Hat mir gut gefallen. Andy, kannst du dich noch daran erinnern, was überhaupt als letztes passiert ist, als du angefangen hast zu gucken? Was das letztes Mal passiert ist? Da gab es doch, oh Mann ey. Nee, das ist doch, doch weiß ich. Na klar. Ja, Kopp, also Oz, ist in dieses Ding da unten rein, in diese U-Bahn-Station und wollte halt sein Ding erst mal gegründet. Er hat quasi sein Labor wieder aufgebaut. Das war so die allerletzte Szene der letzten Folge. Und da muss man auch sagen, da wird man hier dann doch recht gut abgeholt. Scheinbar ist ja innerhalb der vielen Wochen, also ist einiges passiert. Das muss irgendwie zeitraffermäßig doch, das war der letztliche Zeitraffer-Moment. Also er hat sein Imperium quasi aufgebaut. Das Pilzding ist wieder am Start. Er hat im großen Stil hier wieder seine Pilzzucht eröffnet. Er kann die auch schon verticken über diverse Street-Gangs in ganz Gotham. Und war also nicht unproduktiv, ganz im Gegenteil. Der hat die Füße nicht stillhalten können. Ja, alles läuft gut, ne? Alles läuft richtig gut. Ja, genau, also ich, also bei ihm läuft es halt mega gut und bei ihm gibt es halt so voll viel Progress und als wir dann zu den anderen Charakteren springen, war so, für die war das aber jetzt irgendwie nur so ein längerer Nachmittag seit dem letzten Mal, wo man zugeguckt hat. Also es war so, also bevor wir jetzt irgendwie da in die sehr seltsame Kinkies-Szene irgendwie einsteigen, ich war sehr glücklich über die Establishing-Shots, mit der die Folge angefangen hat, weil die sahen aus wie die Arkham-Spiele. Also die hatten halt, das waren so drei Nachtshots oder so, die man gesehen hat und die haben halt sich getraut, ich nenne es jetzt mal dieses Gotham-Lighting zu nehmen, was man halt aus den Arkham-Spielen kennt, dass so dieser Nebel mit Neon und ich war direkt so, uh, ist das etwa mein Gotham, was ich mag und ja, das hat mich sehr glücklich gemacht auf jeden Fall. Das war so ein kurzer, ja, ich war wieder zu Hause. Das war, das soll dann auch wirklich das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Baton sprechen, bitte. Denn die Serie tut's ja auch. Das ist übrigens so, ich hab mich ertappt, mitten in der Folge, weil es passiert ja ziemlich viel, also um mal ein bisschen vorwegzugreifen, Leute werden aufgehängt, es werden irgendwie Crime-Banden, bringen sich gegenseitig um, das Verbrechen organisiert sich und währenddessen hab ich gedacht, oh, diese Stadt, Mann, das wär echt toll, wenn die so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art maskierten Vigilanten hätten, so ein Typ, der sich vielleicht als Fledermaus verkleidet oder so und um dann die Straßen aufzuräumen, das wär so eine Stadt, die könnte das tatsächlich gebrauchen. Also ich find's wirklich immer absurder, wie sehr die Serie komplett den Batman totschweigt und insgesamt einfach mehr wie so eine Prequel-Serie daherkommt, als ob der Typ einfach noch gar nicht da wäre. Absolut. Oder geht's nur mir so? Nee, das ist auch garantiert ein großer Fehler und das merken wir ja auch bei uns beim Discord-Server, wo ihr bei den Jungs ja inzwischen auch unterwegs seid. Wenn da die Kolleginnen und Kollegen oder auch das Publikum, wenn die uns schreiben, hier, da hab ich jetzt hier ein bisschen mal ein Pinguin reingeguckt und ich find's ja ganz gut und es gibt nur noch wirklich offen, an einem Anschein nach auch sehr viele Parallelen zu Sopranos und so, aber warum da jetzt überhaupt ein DC-Bezug da drin ist, das lässt sich überhaupt nicht erklären und das ist, muss ich sagen, hab ich für mich auch abgeschrieben. Also für mich ist klar, okay, der hat man aus Marketinggründen halt eben diesen Pinguin benutzt und das eben in Gotham City platziert, aber das ist nichts mehr, worüber ich mich aufrege. Daran hab ich mich jetzt so gewöhnt, ich find's immer noch kacke, also ich will's jetzt auch nicht schönreden oder so, aber das ist letztlich was, worauf ich mich nicht mehr, also da kann ich mich nicht mehr drüber aufregen, da würde meine kleine Seele zu sehr zerbrechen. Ich hab halt super viel, also was ja jetzt irgendwie ganz geil ist, ist ja, wie so unsere Emotionen zu der Serie bis jetzt waren und jetzt kann man ja international auf Social Media endlich mal die Reaktion der Menschen hören, lesen und alles mögliche und das ist halt total spannend, wie deckungsgleich das dann doch ist, also dann sind wir ja doch nicht irgendwie so total die super Hardcore-Nerds, sondern ich weiß nicht, wie viele Memes ich gesehen hab, wie man so den Reefs Batman sieht mit geschlossenen Augen, so von wegen, so what Batman is doing while Penguin series is running und er schläft halt quasi die ganze Zeit nur und super viele Leute sich ja auch total darüber ärgern, dass Reefs sich halt ganz immer mehr sagt, nee, auf gar keinen Fall wird's irgendwelche fantastischen Elemente geben und da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, aber was ja auch jetzt gerade in dem Interview kam, ist ja, dass bei Warner Brothers jetzt aufgrund des sehr großen Erfolgs nämlich dieser Serie, die kommt nämlich super gut an und quasi genau mit der Folge, wo wir auch gesagt haben, so, ab jetzt ist es eine Serie, die man auch gucken möchte, geht halt die Serie richtig steil und wird auch super gut bewertet und hat auch gute Views und Streamingzahlen und jetzt ist natürlich direkt auf einmal bei Warner Brothers überlegt, hm, welche Serie könnten wir denn doch noch als nächstes machen und es wird halt so geil, weil halt einfach dieser Batman-Film rauskommt und die müssen erstmal erklären, wo war denn Bruce? Also ich hab halt, glaube ich wirklich, ich wette mit euch, Batman 2, The Batman 2, wird damit anfangen, dass Bruce irgendwo anders ist und deswegen gerade keiner sich Sorgen macht um Batman, was aber halt trotzdem wirklich diese These, die wir letztes Mal hatten, dass der erste Film nur darauf aufbaut, dass alle Schiss vor ihm haben und immer an ihn denken und jetzt ist er total in Vergessenheit geraten, da ist super, ja, der Schuss in den eigenen Fuß. Ja, das glaube ich nicht, dass wir das auch nur mit einem Satz thematisieren werden. Der zweite Teil wird losgehen und das wird nicht thematisiert, dass er während der gesamten Pinguin-Serie nicht vorgekommen ist. Der wird halt mit was anderem beschäftigt gewesen sein, aber in Gotham. Ich glaube nicht, dass wir so eine elaborate Backstory machen, dass er jetzt durch die ganze Welt reist und nochmal mal richtig Kung-Fu lernt oder sowas. Ich glaube, das wird einfach so Handwave-mäßig, komm, es geht weiter. Ist es nicht eigentlich das, was wir Fans auch bei anderen Franchises eigentlich letztlich wollen, also konkret jetzt mal der Vergleich eben auch zum MCU, dass letztlich die Serien, die sich da zumindest gewisse Freiheiten und Abstände gegönnt haben, dass das immer die waren, die wir eigentlich wollten. Also ich meine, wir hatten im Vorgespräch ganz kurz Agatha All Along angesprochen und eigentlich ist es ja mal ganz erfrischend, dass da eigentlich diese krassen, engen Bezüge zur Hauptkontinuität sind. Ist es nicht das, was wir eigentlich wollen bei solchen, nun ja, Franchises und wie können wir uns dann auf der anderen Seite hier bei DC da drüber beschweren? Beißt sich das nicht eigentlich? Nein. Da sprichst du halt genau mit dem Falschen, weil ich ja genau derjenige bin, der sagt, das einzige Gute am Marvel Cinematic Universe ist irgendwie so Konnektivität, also das einzige Gute ist super reißerisch, aber das ist halt das, was halt das MCU, selbst wenn halt eine schlechte Serie oder ein mittelmäßiger Film rauskommt, irgendwie dann immer noch above average irgendwie so ein bisschen zieht, ist so, ah ja cool, aber im Gesamtbild ist es halt ganz nice. Aber wenn man sich halt vorstellt, wie divers die Batman Comics sind, im Sinne von, es gibt ja immer so mehrere monatliche laufenden Serien, Detective Comics, was immer einen Fokus mehr auf die Grounded-Abenteuer hat, dann Batman als Serie hat immer den Fokus auf Batman im Mythos von allem, dann gibt's World Finest, wo Batman immer im Team-Up mit Superman was Fantastisches erlebt, dann gibt's Batman und Robin, wo man halt sieht, wie cool dieses dynamische Duo eigentlich ist und es ist dann halt einfach so, wow, okay, das Universum und da haben wir jetzt nur Batman mit angerissen, dass es dann halt noch einen Horror-Teil des DC-Universums gibt, einen Sci-Fi und was auch immer. Ich find, das ist immer das Schrecklichste, wenn man halt einfach, das macht Reefs ja ganz dolle, so, ja, lass alles wegschneiden, was irgendwie Leute herausfordern könnte und dann könnten wir jetzt als nächstes auch noch über den Joker, den zweiten Joker-Film reden, aber es würde hier zu lange dauern. Aber ja, sorry, ich möchte bitte nicht, dass man sich davon entfernt. Ich will, dass das alles connected ist. Oh, eigentlich hätte ich auch Lust, mit euch über den Joker-Film zu sprechen. Ja, können wir im Anhang noch machen. Wir machen noch eine kurze, kurze Exkurs dazu. Ich weiß total, was du meinst und ich find, du hast auch grundsätzlich recht, bei Agatha Orle-Long haben wir alle drei gesagt, das ist schön, dass es eine abgeschlossene oder eine kleine Serie ist, wo es jetzt nicht darum geht, wer alles noch den Blib überlebt hat oder sonst was, sondern die hat halt ihre eigene Story. In dem Fall muss ich sagen, ich wäre total zufrieden gewesen, wenn sie in ein, zwei Folgen von The Penguin zumindest mal gesagt hätten, hey, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil was ist denn mit dem Freak, der da unsere Leute hops nimmt oder jemand hat was gehört, wenn das so ein bisschen auf dieser Gerüchte-Ebene passieren würde. Dass er eben weiterhin sein Image als der Boogeyman, als Schreckgespenst aufbaut und man muss ihn für mit dafür auch gar nicht zeigen und es muss auch gar nicht um Batman gehen, aber ich fänd's schon schön, das, was sie ja in irgendwelchen Interviews behauptet hätten, ja man, er kommt nicht vor, aber man fühlt seine Präsenz, das ist halt einfach gelogen. Man fühlt seine Präsenz gar nicht. Das ist alles, was ich will. Er hat ja schwere Depressionen oder er ist einfach verletzt, ich meine, der wird am Ende vom, ich hab den Batman inzwischen ja durch, ich hab ihn dann nochmal komplett zu Ende geguckt und der ist ja dann am Ende wirklich, also der ist ja, der ist ja physisch ganz schön im Arsch, der wird ja, wenn der sogar angeschossen wurde, aber auf jeden Fall muss er mit so einer Adrenalinspritze quasi wiederbelebt werden, also der ist schon, also wenn der jetzt in Reha einfach ist, wird mir das auch reichen als Erklärung. Aber selbst das haben sie ja einfach Venom geben können, aber das ist schon wieder das Nächste, wo ich wieder sag, ich, ach ja. Ich fände es ja auch cool, ja wenn sie wenigstens sagen würden, hey, was ist eigentlich mit dem Typ passiert, warum, warum zeigt er sich gerade nicht und dann sagt er, ja ist doch scheißegal, Hauptsache wir haben jetzt hier irgendwie freie Bahn mit Marzipan. Das würde, das fände ich alles okay, außer, was ich halt nicht okay finde, ist einfach so zu tun, als gäbe es keinen Batman in Gotham und hätte es den auch nie gegeben und wäre es auch nie ein Problem gewesen. Das ist einfach super strange. Naja. Absolut. Egal. Dieses Schweigen, das ist wie in so einer Beziehung, wenn man anfängt darüber zu schweigen, obwohl es beide wissen, immer ein Problem. In dem Fall Zuschauer und Serie. Wahre. Aber ja, apropos Serie, dann springen wir doch, genau, lasst uns doch einfach mal ganz schnell da durchrattern. Also, ich steige da in meiner Expertise ein, wenn es irgendwie um Gingerbier geht und zwar, dass dann halt einfach unsere Gigante sehr verschwitzt auf einmal in den Shot reinkommt und es läuft irgendwie Swing, aber ich bin so schlecht in Musikgenres. Okay, also wir sind schon gleich bei der Sexy-Szene, ich merke schon. Das ist die einzige, so wird sie introduced, nachdem der Pinguin sagt, dass bei ihm das Leben richtig geil ist. Also, oder? Das stimmt. Vielleicht ist sie einfach frisch verliebt und fügeln einfach die ganze Zeit und das war halt so, da ist ihre Power hingegangen, ihre Zeit halt. Nee, nee, also da ist, glaube ich, nichts mit Liebe, weil was man da ja sieht, ist, dass die Rollen jetzt endlich getauscht sind. Also, er hat ja anscheinend durch diesen ganzen, wo sie so endlich Kontrolle über ihr Leben übernommen hat, hat er ja einfach gleichzeitig jegliche Kontrolle abgegeben und er hängt da halt einfach mit heruntergelassener Hose an einem Stuhl gefesselt und sie hat halt, man sieht halt auch ihn ordentlich zerkratzt. Ja, und auch so Narben an den Schultern, das ist mehr als nur Kratzer, das ist irgendwas anderes, oder? Nee, ich meine jetzt bei ihm, also bei ihr sieht man halt ja auch quasi den Abuse, den sie ja einfach in der Vergangenheit erfahren hat. Ja, das könnte auch arg gewesen sein einfach, ja. Genau, das war ja das, was ja in der letzten Folge bei ihr passiert ist, dass sie ja so dieses, sie steht jetzt zu sich selber und seitdem sind ja auch ihre Outfits immer sehr schulterbetont und so, also sie versucht gar nicht zu verstecken. Ist jetzt auch irgendwie anders, oder? Die ist jetzt noch mehr. Die hat jetzt so einen Keterpony. Ja, ich kann es, war ein Berghain. Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Ja, also wir sehen, dass sie halt auch Bedürfnisse hat, aber auch, dass sie sich halt einfach daran bedient und dann den Typen einfach rausschickt, quasi so ganz klassische Zeichnungen von quasi dem Gegenkonstrukt dazu, wie Männer dann oft immer dargestellt werden, so von wen guckt, die kann das auch und dann sehen wir sie ja in Interaktion mit jemandem, wo man halt gedacht hätte, dass die beiden jetzt Roommates sind, und so gut klarkommen, hätte man dann trotzdem nicht gedacht, finde ich. Nee, und ist aber auch wirklich ein bisschen absurd, ne? Also ich meine, was schweißt die eigentlich zusammen? Die schweißt doch nur letztlich, dass sie einen gemeinsamen Feind haben zusammen, vor dem sie scheinbar auch Angst haben. Ich meine, die beobachten ihn ja auch sehr gut, die folgen ihm auch oder versuchen ja durch eigene Angestellte rauszubekommen, wo er sein Labor eben hat. Aber was verbindet die nochmal? Ich meine, er hat halt den Verlust seiner Frau und seines Sohnes, sie, naja, wenn überhaupt, den einzigen Verlust, an dem sie nicht selbst schuld ist, ist ihr Bruder. Die haben ja letztlich, sind das die Erzfeinde und das sind sie nicht auch erst seit gestern. Ja, okay, Sophia ist noch nie so richtig irgendwie diejenige gewesen, die für die Falcones stand und steht jetzt ja auch eher für die Gigantes und unser Maroni, der ist in so einer Trauerphase. Aber dass die sich jetzt so zusammenschließen, das ist überraschend. Ich meine, sind die beiden jeweiligen Häuser denn so geschrumpft, dass das jetzt strategisch sinnvoll ist, sich zusammenzuschließen? Was meint ihr, warum vertragen die sich überhaupt so gut? Ja, also Liebe geht ja durch den Magen und Maroni ist offensichtlich ein begnadeter Koch, wie wir hier erfahren. Das ist auch eine Szene, die glaube ich so direkt aus dem Godfather stammt, Mafiosi beim gemeinsamen Kochen. Ja, und ansonsten das Klassische, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und wir sehen, glaube ich, in der Folge ja generell, dass so eine Art Konsolidierung der kriminellen Kräfte in Gotham beginnt. Also, wenn du nicht mit mir bist, dann bist du mein Feind und alle müssen, es müssen jetzt Lager gebildet werden und ja, alle, die noch nicht mit, mit unserem Pinguin arbeiten, müssen das zusammenhalten und das sind momentan erstmal wahrscheinlich nur die Maroni-Reste und die neuen Gigante, Gigantes? Gigante, ne? Ja, New Giants. In so vielen Wochen, wo der, wo Cop da unten da dieses Labor aufbauen konnte mit den ganzen Gangs und so ein Pilz, der braucht ja auch ein paar Wochen, bis der wächst. Das muss also schon gewesen sein. Ich meine, wir haben doch allein an dem Tisch in der letzten Folge bei Sophia, wo sie den Headshot verteilt, auch so viele Menschen sitzen sehen, dass, ich glaube nicht, dass sie so klein sind. Ich glaube auch, dass sie die gut genutzt haben. Ja, also man weiß ja auf jeden Fall schon mal vorweggenommen zum Ende der Folge hin ja auch, dass die zusammen als Allianz so groß sind, dass die ja eine absolute Bedrohung für jede andere Gang sind. Also, dass halt die anderen Gangs quasi nur die Brutkuchen untereinander sich streitig machen. Also, da scheint noch viel im Gange zu sein und ich glaube natürlich, was ja immer so dieses Ding ist, was wir ja nicht verstehen als Nicht-Mafia-Bosse ist ja, dass die Figuren, die wir da sehen, die dann mal ermordet werden oder mit am Tisch sitzen, das sind ja nur Stellvertreter von wahrscheinlich immer so 20 bis 100 Köpfe von irgendeiner Unit, die irgendwie arbeitet und das ist ja ein richtiges Netzwerk, wo man ja auch mal, also auch da wird es dann wieder irgendwann ein bisschen unübersichtlich und da frage ich mich auch so, jetzt wird der Vergleich zu Marvel, das ist halt das Doofe, man redet über DC und man muss mit Marvel vergleichen, es gibt manchmal so Sachen, wo ich mir ein bisschen mehr Erklärung wünschen würde, damit ich die Welt besser greifen kann für mich. Bei Marvel ist die Welt leider immer sehr schnell komplett abgebildet, weil halt jeder Charakter halt sagt, was er denkt und worum es halt geht und was die Stakes sind und wie viele Menschen davon betroffen sind. Also es lässt dir halt gar keinen Raum zum selber nachdenken und hier ist es manchmal so, dass ich gerne verstehen wollen würde, wie viel Zeit ist vergangen, mit wie vielen Leuten, also weil man weiß ja auch die ganze Zeit nicht, man checkt nicht, woher kommen denn jetzt die ganzen Leute, die für Oz arbeiten. Er versucht es halt zu erklären, er bezahlt die halt irgendwie. Das ist so sein Trick, damit die loyal sind. Den Trick hat er ja auch von Sophia, weil das hat sie ja auch in der letzten Folge gesagt, ey, hier übrigens ab sofort kriegt ihr alle bessere Bezahlung. So, also die sind sich gar nicht so unähnlich. Anscheinend scheint das das beste Businessmodell zu sein. Sollten sich hier so Patrick Lindner und Co. abgucken. Einfach Leute bezahlen, dann folgen die. Crazy. Aber stimmt schon, wo kommt das Geld her? Gerade bei COP ist es garantiert nicht geerbt. Wo kommt das ganze Geld her? Und wenn es Geld gibt, und das scheint ja der Fall zu sein, warum muss seine Mutter dann immer noch in diese Absteige hausen? Warum kann der nicht irgendwo ein vernünftiges Hotelzimmer besorgen? Ja, ich glaube, das ist sicher halt. Das ist einfach, ja, ja, weil, also das ist halt einfach, weil niemand weiß, dass sie überhaupt noch lebt. Und er will ja auch dafür sorgen, dass das niemand weiß. Das ist ja im Endeffekt so seine größte Furcht, dass irgendwie er seine Schwachstelle rausfindet. Und von daher, klar, die hausen da so ein bisschen wie die ärmlichsten Armen in diesen zerfallenden Häusern, in dieser abgefuckten Gegend. aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Plan, ne? Solange du noch nicht totale Schutz hast von den anderen Gangs, also er will, er versucht ja seine Bündnisse zu schmieden, aber bis das eben klappt und er auch so ein bisschen Firepower hat, muss er sie da halt verstecken. Und da vermutet sie ja keiner. Erstmal. 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 Keine Spoiler. Über Wochen hinweg und so, keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht. Ja, genau. Also ich glaube, wie bei so Sachen wie mit Batman am Ende ist es sowas, wo wahrscheinlich halt auch wieder gesagt, ey, weißt du was, genieß es einfach. Apropos ist einfach genießen. Also die beiden genießen dieses selbstgekochte Essen ungefähr drei Gabeln lang. Und dann ist auch irgendwie wieder alles, schmeckt alles scheiße, weil man sich halt an Oswald erinnert. Wo ja jetzt auch rausgekommen ist in der Folge, er heißt Oswald Cobb, nennt sich aber Os-Cobb. Das war ja auch immer so, bei uns glaube ich, ein bisschen nie so ganz klar. Also Oswald ist okay, Cobb-Pot ist zu abgefahren, Leute. Merkt ihr das? Das ist crazy. Ja. Und ja, aber am Ende ist es genau das. Die haben jetzt halt eine Mission und zwar jetzt, weil Oswald halt die Drogen von ihr vertickt, in den Gebieten von ihm, sagen sie halt, okay, wir müssen eine Message senden und knüpfen sich halt einfach nur alle möglichen Leute vor, damit nämlich diese, gefühlt ja jedem Gangster-Ding gibt es immer die Triaden, die Triads, ist immer so, uh, die, ich müsste mich mal einlesen. Das sind doch immer die Yakuza, oder? Das ist doch immer asiatische Mafia. Oder chinesische, japanische, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, nee, das sind, ich sage gar nichts jetzt, bis ich das nachgegoogelt habe. Okay. Weil ich glaube nämlich, dass das immer chinesisch ist. Okay. Ja, ist auch so, ja. Okay, würde ich sofort glauben, okay, und, ähm, das ist halt jetzt einfach so, okay, wir senden jetzt eine Message, in der wir halt einfach allen Leuten, die halt mit dem verkehren, äh, und zwar, wir fangen halt bei den Unschuldigsten an, dass es denen halt schlecht geht, weil, und gleichzeitig suchen wir noch nach, äh, Leuten, die Oswald nahe standen, aber das war ja immer sein Trick, und das haben wir ja eben schon besprochen, eigentlich gibt es ja niemanden, der ihm nahe steht, außer seiner Mom, und da denken ja alle, die ist tot, aber, ich spring jetzt mal schnell ein bisschen in die Folge rein, die beiden, das, äh, undynamische Dio, Dio, äh, besucht ja dann, äh, diese, diese Playboy Villa, nee, nicht Villa, diese Playboy Loft vom Pinguin, und durchsuchen seine Bude, machen aus der kleinen Holz, aber sie finden da ja ein Foto und einen Schlüpfer, ganz wichtig, das war so, okay, die ganze Zeit achtet jemand drauf, bloß keine Spuren zu hinterlassen, aber dieses Foto, was sehr eindeutig ist, mit einem Höschen, ähm, war dann schon so ein bisschen, okay. Aber der Schlüpfer, der hätte ja auch grundsätzlich anderen vorgehören können, ne, also es wurde ja schon noch. Oder ihm, hey, wir judgen nicht. Oder ihm, genau. Ja, aber dann, ich bin jetzt natürlich so schlecht, und weiß den Namen, äh, von seiner, ähm, was ist sie denn, seine, sie ist ja eigentlich, die, weil die beide, ja, die kommen halt von unten, müssen sich hochkämpfen, die lieben sich weder, noch, dass sie sich hassen, noch, dass die sich nur ausnutzen. Ja. Also das ist ja so, das sagt sie auch selber, die ist halt nicht so schwarz und weiß. Aber es ist halt nicht einfach eine klassisch romantische, und sie basiert grundsätzlich schon, das würde ich auch nochmal gesagt in der Folge, basiert schon auf Geld. Also wenn das Geld weg wäre, dann wäre es vielleicht nur noch eine Freundschaft ohne Sex, keine Ahnung. Ja, wobei sie sagt ja, das ist, es ist nicht so einfach zu definieren, es ist nicht schwarz und weiß, es ist nicht nur eine Sache, die die beiden haben, und sie schützt ihn ja, also um zu der Szene zu kommen, wo Sophia, ähm, bei ihr, äh, im Endeffekt, äh, ankommt und sagt, hier, ich will jetzt wissen, wo Ors sich versteckt, du weißt es doch bestimmt. Ähm, und sie sagt, nee, das würde mir nicht sagen, und dann reden die beiden so ein bisschen darüber, dass hier die, ja, die Dame, Orsens Freundin, deren Name mir auch gerade entfällt, ähm, äh, im Endeffekt ihre Mädels, die anderen, äh, Ladies der Nacht, äh, vor ihr schützen möchte, vor Sophia schützen möchte, weil sie ja immer noch glaubt, sie wäre der Hangman, äh, 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 hätte schon irgendwie Prostituierte umgebracht in der Vergangenheit, dann klärt sich das auf und, äh, Oss, Osses Freundin hätte ihn ja sozusagen noch geschützt, wenn Sophia nicht erzählt hätte, ja, übrigens, ich hab die nicht umgebracht, äh, deine Freundin früher, das war mein Vater und Oss hat ihn geschützt, Oss wusste die ganze Zeit, wer der wahre Hangman ist und erst eigentlich nach dieser Information gibt sie ja auch seinen, ähm, äh, seinen Hideout-Preis, ne, also, das ist schon, generell eine geile Szene, oder? Sophia strahlt in dem Moment schon eine gewisse, naja, Bedrohlichkeit einfach aus, das will sie auch und das kennt sie ja auch, sie ist von klein auf so aufgewachsen, sie weiß, wie man auftreten muss, um wie zu wirken und auch hier schafft sie es trotzdem da, ähm, obwohl man zeitweise denkt, sie wäre dort in eine Falle gelockt worden, weil sie ja unten angesprochen wird von der Jungprostituierten, nenne ich es mal, der Jungsexarbeiterin oder, weiß ich gar nicht, ob die so weit geht oder ob das vielleicht einfach nur eine, ähm, ein, 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 wie heißt das, diese Begleit, Eskort, Eskort, Dankeschön, ähm, Begleitperson, also Eskortperson ist, aber egal, man denkt, die wäre da letztlich in eine Falle geraten, ist sie aber gar nicht und sie behält trotzdem die Oberhand, sie wirkt maximal, äh, selbstbewusst und schafft es dann auch, dieser, äh, Sexarbeiterin, da letztlich wirklich Paroli zu bieten und was da für ein Austausch allein schon so mit Mimik, Gestik und einfach mit der Atmosphäre geschieht, das gefällt mir schon wirklich gut, muss ich sagen, das ist nicht so, nicht so selbstverständlich. Ja, das ist, äh, ich hab jetzt mal gegoogelt parallel, also der Charakter heißt, äh, Yves Kahlo und die Schauspielerin heißt Kam Ijogo und ich mochte halt total, wie sie da gespielt hat, also dieses, ähm, dem Tod im Auge blicken, aber komplett bei sich sein, ähm, und halt eben auch, das war mir genau diese Art nämlich von, so möchte ich die Welt erklärt kriegen, damit ich keine Fragen dazu hab, auch wenn ich nicht beantworten kann, wie die Beziehung zwischen Pinguin und ihr ist, darum geht's eigentlich im echten Leben auch. Viele Sachen kann man nämlich nicht direkt so erklären und die haben einfach was damit zu tun, wie deine Umstände sind und das, finde ich, hat, wird so gut auf den Punkt gebracht, was halt Sympathien in alle Richtungen gestreut haben und am Ende wird sie ja auch verschont, äh, und gibt aber einen sehr krassen Tipp mit, wo ich so war, so, Herr Moment, wurde das jemals gezeigt, dass sie wusste, wo er ist? Weil sie sagt ja einfach, eins zu eins, da, wo er ist und irgendwie wurde ja auch gesagt, ja, irgendwie wusste sie schon, dass Oz, äh, da irgendwie mit drin steckt, aber nicht so wirklich, das, das hat mich nochmal so ein bisschen so, vielleicht auch Lost in Translation mäßig, auf dem kalten Fuß erwischt, aber ich war so, ah, okay, okay, du bist doch schon von der Schippe gesprungen, jetzt wirkst ihm doch noch einen rein, was für Nutzen hat das für dich? Ähm, ja, also, zwei Fragen letztlich, Frage eins, habt ihr verstanden, warum sie letztlich wirklich verschont wurde? Ja, ja, ich, also, ich glaube, es hat ja, hätte ihr jetzt ja auch nichts gebracht, sie umzubringen und ich glaube, es geht ja, äh, Sophia auch immer noch darum, dass sie eben nicht so schlimm ist wie ihr Vater, ne, also sie, sie setzt sich ja, grenzt sich ja auch ganz klar von ihre, von dem Frauenmörder, äh, ab und sie will ja auch dieses Image des Hangmans loswerden, ähm, das sie nie haben wollte, ich glaube, das ist schon so ein Wunderpunkt und ich glaube, deswegen war es eigentlich schon, wichtig, dass sie sie verschont, um sich selbst zu beweisen, dass sie eben nicht eins zu eins ihr Vater ist, ähm, und, äh, ja, und, äh, und, und deswegen hat sie sie verschont und es hat sie auch gelohnt, sie hat ja dann im Endeffekt ihr noch den Aufenthaltsort, da habe ich auch nicht genau gewusst, haben wir das gesehen, dass sie das irgendwie weiß, vermutlich ist das einfach in den letzten Wochen passiert, dass Oz mit ihr irgendwie doch wieder Kontakt hatte und ihr soweit vertraut, dass sie da, ähm, weiß, weil es halt auch ums Verticken der Drogen geht, dann haben sie ja in dem Club recht gute Erfahrungen gemacht und da waren die Mädels ja auch alle involviert, das würde, also würde ich mir das jetzt irgendwie herleiten, woher sie dann auch wusste, wo letztlich dann das Labor ist. Ja gut, sie hat ja die Privatwohnung, also sie hat ja, sie hat es ja in die Wohnung geschafft, Sophia, und nicht ins Labor. Stimmt, das war eigentlich das. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, und das ist ja auch, für uns wird ja gezeigt, bei dem Establishing Shot von diesem Gebäudekomplex, da steht auch Sue groß drüber, also sie hat ja wirklich explizit gesagt, in welchem Gebäude man ihn findet. Ja. Also, ja, werden wir noch herausfinden wahrscheinlich, vielleicht ist es auch einfach so ein Ding, was dann nochmal Oswald in irgendeine komische Situation bringen wird, in den nächsten Folgen, wo er ihr nochmal begegnet, oder auch nicht. So, ja. Aber wir haben ja nochmal, eine Menge Szenen, es gibt noch ein paar Szenen, also unter anderem die Sache mit dem Strom. Also Strom ist ja so ein bisschen ein dominantes Thema hier in dieser Folge, denn diese überschwemmten Ghettos, nennen wir es mal, die sind ja allesamt stromlos, weil scheinbar der verbleibende Strom der Stadt in die besseren Gegenden der Stadt umgeleitet wird, sodass da überhaupt keine Stromzufuhr mehr besteht und Oswald hat ja auf jeden Fall auch eine Idee, wie er damit umzugehen hat und wen er wie zu bestechen hat beziehungsweise zu bedrohen hat, dass da, glaube ich, ein Stadtabgeordneter oder was auch immer letztlich da irgendwas, wie auch immer macht, dass der Strom dann doch wieder in diese Ghettos kommt. Also ganz im Ernst, der schnappt sich den Typen im Dunkeln, bedroht den mit einer Zange in seiner Nase und hat da Angst und blutet ein bisschen und dann macht er das. Kann man hinterfragen, diese Aktion und vor allem auch die Wirksamkeit von so einer bedrohenden Aktion. Aber sei es drum, nur was wir dann immer wieder, weil wir gerade bei Strom, ich glaube, bei Strombau auffällt, ist halt auch, der Strom läuft schon unten nicht in dem Labor, da hat er so einen Techniker, der ihm irgendwie dann den Strom wieder herstellen soll und er selbst kriegt es auch nicht geschissen, den Generator zu reparieren. Also machen wir es kurz. Sagst du einen Generator? Nee, auf keinen Fall. An dem ist mal kein Elektriker verloren gegangen, das ist mal klar. Der heißt ja auch The Pinguin und nicht The Electrution, Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Wer heißt doch mal dieser Batman Willem? Ja, ja, ich weiß nicht, ich kriege es auch nicht zusammen. Aber der Strom ist ja, der Strom ist ja hier und das funktioniert ja auch gut im Englischen, weil sie sagen ja The Power, es ist die tatsächliche, es ist die Metapher für, die Power fließt jetzt, er hat jetzt Macht, in dem Moment, wo er das Bündnis geschlossen hat, geht der Strom an, er hat sich darum gekümmert, die Macht fließt jetzt nicht nur nur zu den Reichen, sondern die Macht fließt auch zu ihm und er braucht ja, er braucht den Strom, um sein Business, um sein Business auch zu haben und seine Mutter zu versorgen. Absolut, oder? Das war smart. Danke dir, Heiko, das war wirklich gut. Einmal aufgepasst, genau. Nee, und das war, deswegen war es ja so schön, wir haben hier sein großes, er hat sein Powwow mit den anderen Gangstern und schließt da ein Bündnis. In dem Moment wird der Strom wieder, fließt der Strom wieder, die Mutter tanzt, alles scheint gut zu sein und dann sind wir ja schon, ich greife jetzt vorweg, wir haben sicherlich noch ein paar andere Sachen, über die wir reden können, aber ja, dann wird natürlich... Aber nochmal, die sitzen hier, die sitzen hier auch in dieser Hütte, in diesem Loch, nennen wir es mal, wo mit seiner Mutter und auch mit Viktor ist es, genau, und auch da, also ich liebe ja Rührei, aber wenn ich hier mit Goldkätzchen und tausend Beschäftigte und Drogen um die ganze Stadt und so, dann kann ich meiner Mama doch mal, keine Ahnung, eine Heizdecke besorgen und vielleicht ein Stück Fleisch und einen Salat und das war jetzt alles so, ich verstehe diesen Bruch nicht zwischen dem Geld, das da fließen muss und der wirklich mickrigen, dem Loch einfach und auch dem, was sie sich da gönnen. Also als guter Geschäftsführer sparst du in der Regel immer als erstes bei dir selbst. Kann ich auch den Versuch, ein guter zu sein, bestätigen? Nee, aber ja, das ist natürlich alles ein bisschen komisch, aber wo du jetzt gerade Vic erwähnst, ist ja noch die C-Storyline super wichtig, also weil wir sehen ja so ein bisschen das, wovor man schon so, oh nee, jetzt wurde Vic da gesehen, von so einem Typen und vielleicht ist er ja auch derjenige, der das, der Eve gesteckt hat, wo Oswald ist, keine Ahnung, weil er scheint ja ganz schön informiert zu sein, wo Oswald ist und er konfrontiert jetzt Vic, also das, wovor wir schon die ganze Zeit Angst hatten, dass der irgendwann in der Wohnung steht, fängt er eher nur Vic auf der Straße ab, sein alter Kumpel, wie nennen den alle, Squid? Squid, ja, hey, Squid! Und es ist halt so ein typisches so, hey, hilf mir doch an Kohle zu kommen und wie kann es sein, dass so ein Loser wie du jetzt so gut gekleidet ist in so einem Loch hier und am Ende geht es darum, auch eigentlich ein Klischee, aber es wird halt gut abgearbeitet, dieses Vic versucht ihn quasi mit Geld davon abzubringen, hey, wirklich, da willst du nicht arbeiten, das ist alles scheiße, aber ich kann dir ein bisschen Geld geben, guck mal, ist doch ganz cool und ich habe glaube ich schon mal irgend, ich glaube, das war hier in der Runde darüber geredet, dass ja ein Charakter immer dann ganz bewusst negativ dargestellt wird, damit es okay ist, wenn ein Charakter, den wir mögen sollen, ihn umbringt, weil er ist halt richtig scheiße zu Vic dann und bedroht ihn und setzt ihn voll unter Druck und Vic sieht sich dann gedrungen, ihn zu erschießen, macht das dann natürlich auch super stümperhaft und gibt ihm nur einen Streifschuss in den Hals, der aber natürlich trotzdem tödlich ist. Ich sage mal so, es gibt dann nochmal so einen väterlichen oder brüderlichen Moment, ich weiß nicht, was für ein Verhältnis das bei den beiden ist, wo Pinguin ihm sagt, ey du, keine Sorge, wird mit der Zeit leichter, aber nimm die heute mal frei. So, war ja ganz nett, apropos guter Geschäftsführer. Der hat sich seinen Azubi mal so richtig vorgenommen und dem einen guten Tipp gegeben, ja. Das ist ja letztlich auch sein Zeitkick irgendwie. Ich bin ein bisschen überrascht, dass sich Victor, so rhetorisch nichts von Oz abgeguckt hat. Ich meine, so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hätte er im Laufe der letzten Wochen ja schon sammeln können. Das hätte mich nicht überrascht, wenn er halt, keine Ahnung, sich ein bisschen was abgeguckt hätte, aber bis auf teure Klamotten hat er nicht viel an sich geändert. Er ist immer noch eigentlich derselbe Typ wie zu Anfang der Serie, oder? Naja gut, er hat jetzt jemanden erschossen. Also ich glaube, jetzt hätte der Wick am Anfang noch nicht gewonnen. Ja, das war ja schon halb Notwehr auch irgendwie. Halb Notwehr. Es war auf jeden Fall, hat er sich drum gekümmert. Er hat das, er hat das sich zu Herzen genommen, was Oz ihm da reingeprügelt hat. Dieses, wenn es ein Problem gibt, erwarte ich, dass du dich drum kümmerst und ich mich nicht drum kümmern muss, sonst wirst du ein Problem und dann kümmere ich mich um dich. Und deswegen hat er ja das Einzige gemacht und hat im Endeffekt... Echt? Hast du das so verstanden? Ich hab schon das Gefühl, dass im Zweifel Oz ihm auch geholfen hätte. Ja, es war eine blöde Situation in diesem konkreten Moment, aber wenn er wirklich aus Verzweiflung oder also ich weiß nicht mehr oder gib mir mal einen Tipp oder irgendwie so um Hilfe gebeten hätte mit dem Typen, ich glaube, das hätte Oz einfach mal erledigt. Das hätte vielleicht nicht unbedingt dem Standing gut getan, aber er hätte es getan. Ja, hätte er bestimmt gemacht, aber ich glaube, es gab ja schon mal so eine Szene, wo Oz ihm im Endeffekt direkt eine Aufgabe gegeben hat und er hat es nicht hingekriegt und dann hat er gesagt, ja, ich habe irgendwie eine Erklärung dafür und Oz ist da ausgetickt und hat ja angedeutet, dass er ihn auch wieder umbringen könnte. Und ich glaube, das ist dann schon so, dass das sich, ja, steht halt so im Raum, entweder löst du die Probleme für mich oder du bist halt nichts wert für die Operation und das, er hat ja, er versucht ihm das irgendwie anzusprechen und hat gemerkt, oh, Oz hat irgendwie gerade Probleme mit der Mutter und hat da gar keinen Kopf für und du weißt ja bei so einem Typen wie Oz auch nie, ob er dann vielleicht selber austickt und seine Wut in dir auslässt, ne, also das ist ja das Problem mit so gewalttätigen Assis als Chef, mit Cholerikern. Auch wieder hier, als gutes Beispiel. Ja. Genau, in so einem Startup wie bei Oz oder eben in der Games-Branche, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Ja, auch, auch, dass man in einem Keller arbeitet und überall wachsen Pilze. Es gibt keinen Strom. Zwei Sachen nochmal hier zur Szene, wo die beiden Mafiosi-Chefinnen die Man Cave von Oz durchsuchen. Zum einen, also Chekhov's Gun ist glaube ich dieser Begriff für, die finden was, was später bestimmt noch wichtig wird, denn Sophia nimmt hier so einen Zigarrenschneider mit. Also wenn da nicht mal ein Finger, wenn da nicht mal ein Finger drin landet in einer der nächsten Ausgaben, dann wäre ich überrascht. Hoffen wir mal, dass es bei einem Finger bleibt, war mein erster Gedanke. Ja. Und dann ist ja auch noch, das weiß ich nicht mehr so genau, man sieht im Hintergrund kurz diesen Save. In diesem Save hat Oz ja auch schon drin gesessen und wir sehen dann auch, dass, da waren ja da auch mal diese Bilder drin vom Johnny Vitti, der da die Frau vom Falcone irgendwie vernascht hat. was ist eigentlich da ausgekommen, aus diesen Bildern? Was ist damit passiert? Die hatte den Maronis gegeben, die hatte den Maronis gegeben, damit die irgendwie Leverage haben und die hat er auch nicht mehr zurückbekommen, glaube ich. Und das hat er auch gegessen. Das ist vorbei jetzt. Ja, ist vorbei. Also, ist ja tot. Okay, alle sind tot. Genau, der Typ ist tot. So, der wurde ja dann auch noch kurz, solange er nützlich war, beibehalten und dann wurde an ihm ja auch ein Example statuiert. So, das war ja auch so dieses, halt jetzt endlich mal die Schnauze. Ich rede jetzt nach dem Prinzip und ich glaube, um den müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, auch höchstens halt um seine Tochter oder war das seine Tochter? Check ich alles nicht mehr. Finden wir später wahrscheinlich raus. Ach so, die Kleine, nee, das war die Tochter ihrer Cousine, also im Endeffekt ihre... Naja, okay. Ja, die heißt bestimmt, irgendwann kommt raus, die heißt Pam Ivy. hat aber nichts damit zu tun. Nein, nein, die wird Huntress oder sowas. Oh Gott, holy shit, wo sind eigentlich die Bertinellis? Ja. Ich bin ja noch Zero Hour Continuity Fan und ich, ja, das war ja auch noch so eine Crime Family im DC oder Gotham Universum, wo ja eine von Batmans wichtigsten Vertrauten später dann oder sagen wir es mal so, die, die, die Kontroversiste an seine Seite kommt. Aber ja, egal. Wir reden hier nicht über Comics in diesem Podcast. Nein, warum auch? Keine Serie, die sich damit beschäftigt. Wegen der Armbrust, ne, war schwierig mit der immer, ja. Stimmt ja, also die meisten kennen sie wahrscheinlich jetzt durch den Birds of Prey Film, wo sie ein komplett anderer Charakter ist auf jeden Fall. Ja, ja, aber irgendwie gar nicht so schlecht. Ich hab den letzten nochmal geguckt. Ach, ich fand's okay. Nur Cassandra Cain werde ich niemanden verzeihen, der an dem Film wird das nicht wahr. Geil, bei Prime Video haben wir die Tage besprochen, läuft grad ne Serie mit, egal, namens Black Canary, hat nichts. Canary Black, ja, ja, genau. Entschuldigung, hat nichts mit DC zu tun. Gar nix. Ist mir nur aufgeregt, dass er so gerne ne Black Canary Serie gehabt. Ich mochte die Darstellerin total und das wär der perfekte Weg gewesen, um das Green Arrow Universum einzuführen. Aber egal, ähm, was ist denn noch in der Folge passiert? Also wir haben jetzt hier so einen Zigarrenschneider und, ach genau, du hast ja eben, das kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, natürlich ist der Andi immer fleißig und der macht immer die schönen Bilder, die ihr seht, jetzt gerade auf dem Podcast Vertrieb eures Vertrauens und guckt euch mal das Bild an, was hier ein Signal ist und jetzt folgender Pitch von mir und auch ihr Zuhörer, guckt euch jetzt mal, weil jetzt müssen wir uns darauf einigen, dass wir dieses Bild nehmen. Ja. Ähm, jetzt stellt euch vor, jetzt dieser Pinguin und der hätte in dem einen Auge, wo, äh, auf der Seite, wo auch die Zigarre ist, noch Monocke und würde einen Zylinder tragen. Nur mal so. Ja. Dann wären wir schon langsam, wären wir an dem Punkt, wo ich sagen würde, so darf der aussehen. Er hat ja auch in dieser Folge einen Mantel an mit so einem Fellkragen, wo ich dachte, das sieht schon sehr nach Pinguin aus. Also das ist schon ein bisschen besser als der Ledermantel oder die, äh, diesen Blouson, den er mal anhatte. Ich finde, der Mantel mit dem Kragen, das hat schon sowas von, auch für irgendwie so, äh, Arkham Knight oder Arkham City Pinguin Style. Ja. Also, äh, ja. Geht in die richtige Richtung. Wir haben ja immer noch die Hausaufgabe, dass wir am Ende der, des letzten Recaps auch mal ein paar Leserempfehlungen abgeben werden, ne? Also nur mal für die Erinnerung an ihr liebes Publikum, wenn ihr was habt, wo ihr denkt, das müssten wir erwähnen, dann schreibt das gerne irgendwo hin, gerne auch auf Discord unter tele-stammtisch.de slash Discord. Also das, ähm, finde ich schon auch immer ganz cool, dass man da vielleicht noch eine Referenz hat. Weil die Figur. pinkt uns da auch immer ganz gerne, weil das ist ja schön an Discord, ihr könnt dann auch Leute erwähnen und dann sehen die das auch, das hilft, ähm, kann ich halt immer nur bei den Kollegen, ähm, vom Paperback, weil die sind sehr Marvel-lastig in der Crew und, äh, da wird immer das Maurice-Signal ganz oft ausgesendet, wenn ich wieder irgendwie drüber reden soll, äh, und dann muss ich auch, und das ist halt, ähm, weil die Comic-Welt ist halt schwierig, wenn man da einsteigen will und ich kann das immer total verstehen im Vergleich zu Mangas, die immer mit der Ausgabe 1 anfangen und irgendwann noch aufhören, wo man sich einfach was kaufen kann und weiß, ob das gut ist oder nicht, ist das halt bei Comics sehr, sehr schwierig und da würde ich immer sagen, sucht euch immer erstmal irgendwie im Internet was oder fragt einfach Leute, von denen ihr den Geschmack auch gut findet. Das ist meistens noch viel wichtiger als das, was im Internet empfohlen wird, weil das ist ja das Schöne, Geschmäcker sind so verschieden und es ist vollkommen okay, dass es Leute gibt, die sagen, ach, ich möchte aber, dass mein Batman aus dem Weltall herunterstürzen kann und es nur schafft, ohne einen Raumanzug zu überleben, den Absturz. Was eine Maschine. Dann ist das auch okay. Dann ist das auch okay. Aber wenn ihr Glück habt, habt ihr auch einen Comic-Laden in der Nähe, der euch diese Fragen vielleicht auch beantworten kann. Das ist nicht selbstverständlich, muss man sagen, weil nicht jede Person, die in so einem Laden arbeitet, auch zwangsläufig viele Comics oder zumindest viele Superhelden-Comics gelesen hat. Oder nett ist. Oder nett ist, ja. Dadurch, dass es ja Heikos Comic-Laden nicht mehr gibt, darf ich das ja sagen. Ich kenne nur zwei nette Comic-Läden. Ansonsten ist dieses Klischee aus den Simpsons immer sehr real für mich gewesen. Aber an dieser Stelle große Empfehlung an den, selber, in dem Comic-Laden, in dem du gearbeitet hast, immer so von deinem Fall aufwendig. Ich möchte noch kurz klarstellen, ich habe keinen Comic-Laden gehabt, sondern meine Eltern hatten einen Comic-Laden lange Jahre. Und ich habe darin gearbeitet und er hat mir nie selber gehört. Ich war nie selber der Comic-Book-Guy, Comic-Book-Shop-Owner oder was auch immer, wie er bei Simpsons heißt. Ich bin immer sehr nett. Er heißt einfach Comic-Book-Guy. Aber deswegen kann ich, an dieser Stelle mache ich jetzt wirklich schleicht Werbung. Ich hoffe, das ist okay. Anni, kann es heraussteigen. Bonner Comic-Laden solltet ihr jemals in Köln und Umgebung sein. Bonner Comic-Laden, mega gut sortiert, fantastisch gute Preise und man kann sich da auch Comics bestellen, wenn man die nicht bei Amazon bestellen möchte. Okay. Comic-Shop.de. Die sorgen auch dafür, Heiko, dass die Omnibusse nicht kaputt gehen, wenn man die sich bestellt. Große Empfehlung. Und ansonsten ist das hier in Hamburg der Comic-Room. Da sind die auch sehr lieb. Also das ist, finde ich einfach, finde ich immer so schade, wenn Leute nicht lieb sind. Ja, total. Ey, wir sind doch beide Leute, die Comics lesen über so Typen, die sich verkleiden und wir regen uns darüber auf, dass irgendwelche Filme oder Serien nicht originalgetreu sind. Warum versuchen wir uns hier zu upstagen? Und warum versuchst du mir zu sagen, dass ich dumm bin, dass ich nicht wusste, dass es schon sechs verschiedene Runs von der Doom Patrol gibt und dass die Cover zwar genau gleich aussehen, aber das eine hatte ja ein 2016 hinten in der Ecke und ja. Also all diese Erfahrungen schon gemacht. Oh Mann. Viel Spaß da drauf. Das tut mir leid. Ich würde gerne nochmal eine Frage in den Raum stellen, eine ganz offene, über eine Figur, die wir jetzt bis jetzt nur am Rande erwähnt haben, nämlich Victor. Ich bin gerade nochmal über die Szene gesprungen, wo er den Typen erschießt und der hat das auch so ein bisschen bereut, dass er da abgedrückt hat in dem Moment und der ist mit dem gestorben. Also irgendwas von Victor ist in dem Moment mit dem gestorben. Habt ihr Mitleid mit Victor? Oder sagt ihr, der hat sich auf sein Ding eingelassen, der wusste von Anfang an, mit wem er sich abgibt und wer mit einer Waffe rumläuft, der weiß auch, dass er sie irgendwann benutzen wird. Habt ihr Mitleid mit der Figur Victor? Ja, schon. Also einfach, weil das Acting, der ist halt so schnuffig und er ist halt so ein bisschen, man möchte ihn beschützen, man möchte nicht, dass ihm was Schlimmes widerfährt. Obwohl er natürlich die Chance hatte, aus dem Leben abzuhauen und sich ja auch noch bewusst dafür entschieden hat. Wir haben es ja besprochen, wir alle wissen nicht so genau, warum, aber es ist eben passiert, er hat sich entschlossen und jetzt hat er auch noch seinen ersten Mord begangen und jetzt ist er halt auf dem vollen Villain-Track oder eben auf dem Gangster-Track und ich glaube, ich will nochmal hier eine Prediction abgeben, ich glaube, Victor überlebt diese Serie nicht. Ich glaube, Victor wird nicht in The Batman 2. Das wird, er wird ein Opfer seiner selbst. Ich glaube halt auch, dass er halt als Spiegel dienen soll, als jemand, der so ein ähnliches Upbringing hat wie Pinguin, also jemand, der halt, ne, jemanden zum Vorbild kriegt, der halt ein schwieriger Charakter ist, der aber halt auch sieht, was das positiv mit ihm bewältigt und bla. Und meine Prediction ist auch noch, dass er diesen Job übrigens unter anderem deswegen macht, damit er hier seiner Freundin die Uni bezahlen kann. Aber vielleicht ist das auch zu gönnerhaft ihm. Jemand, die man sich wochenlang nicht bei dir gemeldet hat. Ja, ich glaube, am Ende wird nochmal irgendwie sowas sein, dass sie einen Brief von ihm bekommt in Bloodhaven oder wo auch immer sie jetzt gerade studiert oder Florida. Und, aber ich glaube, er wird auf jeden Fall dran zugrunde gehen an den Entscheidungen oder an den, einfach am Pinguin, am Rise des Pinguins wird er nicht mitverdienen. Wo gehobelt wird, Fallenspäne. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Ja, ich glaube tatsächlich, wenn ich da so mir jetzt schlaue Gedanken mache, dann ist ja eigentlich nur noch eine, nee, zwei Szenen gibt es noch, die man besprechen muss, natürlich. Nämlich die Szene, die uns das Titelbild gönnt. Denn scheinbar gilt es hier jetzt noch, also er geht ja letztlich auf Offensivkurs. Er hat eingesehen, dass durch diese Hang-Aktionen, wo quasi Sophia und der andere Maroni, wo die jetzt, sich da jetzt drei von den Triaden oder wem auch immer gehängt haben und da einfach klare Verhältnisse schaffen wollten, hat Ossi entschieden, hier, fickt euch, ich werde jetzt aktiv überall in der ganzen Stadt meine Drogen verteilen, auch in eurem Gebiet und die Leute sowas von abhängig machen und so wird es irgendwann nur noch einen geben, der diese Sucht, dieses Bedürfnis stillen kann und das bin ich auch in euren Reihen. Dazu will er sich natürlich auch die Unterstützung weiterer Gang-Mitglieder und Gang-Scannerin einfach sichern und hat scheinbar irgendwie ein Treffen beraunt oder anberaunt heißt das Wort genau, wo auch mal mindestens eine scheinbar asiatischstämmige Person dabei ist und verteilt Bier an alle und hält eine Rede und will die alle motivieren und ich bin einer von euch und ich habe auch ganz unten angefangen und wir müssen jetzt zusammenhalten und uns die City zurückholen und so und das ist so ein bisschen seine Ansage und das ist alles ganz putzig und gefällt mir auch per se. Ich wusste nur echt bis zum Schluss nicht genau, ob er nicht irgendeine so einen Trap halt macht. Also bringt er die jetzt alle um? Ist das Bier vergiftet? Was passiert jetzt gleich? Was hat der eigentlich vor? Aber das ist ja perfekt, dass du ihm das halt zutraust. Also dann hat die Serie alles erreicht, was sie wollte und zwar, dass dieser Typ, der ja eine gute Rede hält, also ich mochte das, was er gemacht hat, das war so genau das, womit man jetzt nicht gerechnet hätte oder das nicht auf dem Schirm hatte und das er genau so agiert auch wieder. Aber ich habe es auch geliebt, dass man dachte, jetzt passiert doch noch was Schlechtes, oder? Weil am Ende, das hatte Heiko ja eben angeschnitten mit der Power, super guter Case, ey, so, die da oben verarschen uns und nur wenn wir zusammenarbeiten, weil die da oben arbeiten zusammen und hassen sich auch und die schaffen es halt und wir nicht, weil wir dumm sind, weil wir gegeneinander kämpfen und das mochte ich sehr. Ich hatte nur die ganze Zeit gedacht, oh shit, jetzt kommen die Falcons, aber womit wir jetzt rausgehen aus der Folge ist, dass es eine Allianz aller Gangs gibt, aus der, quasi aus den Lower Parts von Gotham und das ja dann wahrscheinlich, wir jetzt sehr bald mit einem riesigen Gang War zu tun haben, wo mir direkt eine ganz gewisse Storyline mit Batgirl, Nummer drei, äh nee, Nummer zwei, egal, in den Sinn kommt und deswegen hab ich kurz gehofft, vielleicht sieht man ja hier bei der Versammlung der Gangs einen gewissen Matches Malone, aber er war leider nicht da. Ah ja. Matches Malone, ein Typ, der aussieht wie irgendwie, äh, Sonnenbrille, Hünschzehen und irgendwie hat irgendwie die Nacht wieder durchgemacht, wurscht, komisches, wurschtiges Haar. Nee, Matches Malone ist doch eine, guck ich, die Gestalt von, ja, aber dieser Bruce, stell dir mal, stell dir mal in diesem Dropbox-Patter von Bruce als Matches Malone vor. Na gut, okay. Die machen das aber dann so, anstatt halt, dass er so ein schmierjähriger, äh, 60er Jahre Krimineller ist, ist er halt das Gegenteil von dem Bruce Wayne, den wir jetzt im Kino gesehen haben und das ist eigentlich ja dann jemand, der Popmusik hört und richtig gute Laune hat und er hängt dann einfach so mit so einem Walkman noch und hört halt irgendwie gerade K-Pop. Das wäre so der Matches Malone im Reef-Universum wahrscheinlich. Ja. Und dann trinken die alle dieses Bier, also ich meine, das sind die Gang-Chefs, gerade diesen Triaden-Typen, das sind jetzt nicht alle immer so ein bisschen posch, nein, egal. Nee, das sind die Symbole, genau. Wir sind doch hier die Working-Man-Gangs, wir sind eben nicht die da oben, wir sind nicht hier, äh, Teil der High Society von Gotham, die in der Politik arbeitet und trotzdem die Leute genauso verarscht wie wir Kriminellen. Wir sind halt irgendwie hier der Abschaum und deswegen als, als Working-Mans, äh, sagt ihr sogar hier, die kennen nicht mal eure Namen, eure Familien haben die Stadt groß gemacht, aber niemand kennt euren Namen. Wir sind halt wirklich und deswegen müssen wir hier unser Arbeiterbier zischen. Finde ich gut. Ich habe mein zweites übrigens gerade geleert, insofern, ne, wissen wir Bescheid, Jungs, wir ändern, äh, wenden uns dem Ende unseres Recaps zu und sind damit tatsächlich auch bei der finalen Szene, denn plötzlich fließt der Strom wieder im Loch des Hauses Koppelpott. Kann man jetzt Musik hören, außer, äh, Retorte, außer, 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 was ist das? Büchse, Dose, außer Dose, keine Ahnung. Und wir fangen an zu tanzen. Ein Platzspieler. Viktor und Mama Koppelpott fangen an zu tanzen und ist irgendwie auch ganz süß. Dann hören wir irgendwie so ein Geräusch. Es kommt scheinbar von draußen, vom Flur, was auch immer. Also es fiel mir richtig auf, aber Viktor ignoriert es scheinbar, weil es könnte ja alles sein. Aber wir als zuschauende Personen sehen recht fix, okay, hier, da, ähm, Sophia ist am Start und die hat eine Crowbar dabei, also eine, eine, was ist eine Crowbar auf Deutsch? Eine, ähm. Eine Brechstange. Eine Brechstange. Eine Brechstange. Und. Auch gefährlich große Symbolik im Batman-Universum mit einer Brechstange irgendwo reinzukommen. Dann sind direkt alle so, uh, hallo, mein alter Freund. Wer ist hier der Robin in der Szene? Das ist die Frage. Und wir wissen alle, dass Vic der Robin in der Szene ist. Ja, und das ist ja deswegen so spannend. Ja, okay, Sophia steht da, Sophia hat rausbekommen, dass die Mama und Vic am Start sind und dass da jetzt wahrscheinlich irgendwas passieren muss. Und sie wäre ja auch, weil, ähm, ich habe mich auch gefragt, okay, warum sollte sie jetzt die Mutter töten? Natürlich sollte sie das tun, weil, ähm, Osia auch ihren Bruder getötet hat. Insofern wäre die dann mehr oder weniger quitt. Aber das Spannende ist ja noch die Information, dass, ähm, ich nenne es jetzt die ganze Zeit Mama Koppelpot, dass die ja, ähm, in einer Szene vorab schon ihre eigene Demenz realisiert hat. Und dann ihren Sohn darum gebeten hat, dass wenn sie zu sehr wegdriftet, wenn sie zu sehr nicht mehr sie selbst ist, dass er dann ein Ende setzt. Und das ist ja letztlich eine Art Freifahrtsschein. Nein. Das heißt also, wenn es jetzt, und davon gehe ich aus, in der nächsten Szene, in der nächsten Szene, in der nächsten Folge, eine Situation gibt, ähm, wo Sophia ihm droht, hier, ich bringe sie sonst um, oder andersrum, äh, sie vielleicht sogar schon umgebracht worden ist oder so, dass er da ganz anders mit umgehen kann, eben weil das ja letztlich auch im Interesse der eigenen Mutter war. Ich denke, dass es dann irgendeine Richtung gehen wird und dass, ähm, Sophia da vielleicht zu sehr pokern wird und er halt eben noch quasi ein Ass im Ärmel hat, dass er sie vielleicht sogar selbst erschießt. Ja. Ja. Genau. Das werden wir alles, äh, in, in einer Woche besprechen. Wenn es wieder heißt, Pinguin und seine drei Eierköpfe. Ich wollte noch kurz mich drüber lustig machen, ich wollte mich unbedingt lustig machen darüber, wie diese Szene unbedingt etablieren muss, dass Sophia auf jeden Fall weiß, dass sie bei der richtigen Person ist, in dem die Mutter die ganze Zeit ruft, Oswald ist mein Junge. Juhu. Mein Sohn. Ich bin so stolz auf meinen Jungen. Oswald, der ist mein Sohn. Er ist damals, nachdem ich neun Monate schwanger war, aus meinem Körper herausgekommen. Ich bin hundert Prozent seine Mutter. Nur damit kein Missverständnis ist. Biologisch als auch gesellschaftlich bin ich seine Mutter. Oswald Koppelpott und er hat seinen Namen auf Cop geändert und das sage ich jetzt alles, während ich jetzt diesem Lied an meinem Tanzbein schwinge. Und Batman ist nicht da. Batman ist nicht, existiert nicht. Exakt so ist das. Auch ich frage mich oft, wo er manchmal ist, aber die logischste Erklärung ist, dass auch er halt einen normalen Alltag hat. Nein, okay. Dass auch er eine liebende Mutter hat, um die er sich gerade kümmert. Ja. Liebes Publikum, wir schicken uns in unsere Signalgruppe, die wir scheinbar haben. Das ist ein Chat-Messenger, den ich sehr empfehlen muss. Das ist quasi das geile WhatsApp nur in blau. Da kann man sich Dinge schreiben und wir schicken uns dann immer so aktuelle, einfach Updates zur Serie zwischen den Aufnahmen. Und da habe ich hier noch zwei Sachen zuletzt geschrieben. Zum einen scheint es so zu sein, dass wir ab 2026 HBO Max auch in Deutschland haben werden. Das ist vielleicht ganz cool. Mal gucken. Das war ja lange deswegen ein Problem, weil die Rechte relativ straight verteilt waren in Deutschland. Und unter Umständen laufen jetzt verschiedene Rechteverträge aus und es scheint so zu sein, dass wir 2026 HBO Max in Deutschland bekommen und damit vielleicht nicht unbedingt die zweite Staffel von Pinguin, aber auf kurz oder lang garantiert den zweiten Batman. Das wollte ich kurz noch als Information gedroppt haben. Dann... Ja, wir freuen uns ja immer, wenn es noch einen Streaming-Dienst gibt. Also muss man einfach sagen, ich glaube, wir drei gucken uns gerade hier alle an und sagen auch Danke, HBO. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, Maurice, ob du jemals versucht hast, irgendwas bei Wow oder Sky zu gucken. Es ist mit Abstand die schlechteste aller Streaming-Dieste. Nein, nein, nein. Also da bin ich ganz bei euch. Ich weiß noch, als ich versucht habe, in so einem Selbstgeiselungs-Moment Zack Snyders Cut von seinem Justice League-Film zu gucken und es einfach schlichtweg dreiviertel Stunde gedauert hat, das einfach zum Laufen zu bringen. Also ich war fasziniert davon, wie Legacy Code einfach moderne Technologie einfach. Also, HBO, unfassbar. Ich hätte immer schon gerne lieber HBO gehabt, als vielleicht den einen oder anderen Streaming-Dienst. Als mich immer genervt hat, wenn man DC gucken wollte, musste man eigentlich mindestens zwei haben. Und das finde ich kacke. Ja, absolut. Wir werden demnächst hier auch beim Telestammtisch diese Dune-Prophecy-Serie uns genauer anschauen, vielleicht sogar Recaps machen. Das ist auch nicht ganz raus. Das ist ja irgendwie auch eine Serie, die zu diesem Tune-Universum angesiedelt ist. Aber ja, generell muss ich sagen, sprechen mich einfach die tendenziell, wie ich empfinde, eher düsteren Inhalte von Warner und dann eben präsentiert auf HBO Max sprechen mich schon tendenziell eher an als vieles von dem anderen Zeug, das wir überall anders schauen können. Dann freu dich mal auf das Gunverse, da wirst du nicht glücklich werden, wenn du auf düster stehst. Mal gucken, also die Sachen werden ja alle, also James Gunn hat letztens ja nochmal gesagt, dass die verschiedenen Projekte, die verschiedenen DC Studios Projekte ja jetzt auch nicht eine einheitliche Ästhetik haben werden und ich weiß nicht, ob ihr den Trailer schon geguckt habt von Creature Commando oder Creature Commando. Oh ja! Der sah relativ blutig aus. Also ich glaube, das wird schon sehr unterschiedlich sein, was wir da bekommen. Ja, glaube ich auch. Also ich wollte das jetzt auch nur so, weil man sich aber ja trotzdem traut. Was wir da nämlich schon sagen können, Leute, es existiert Clayface im Gunn-Universum. Das heißt, es wird fantastische Elemente in dem DCEU-Batman geben. Das heißt, es wird auch Charaktere geben, die nicht einfach aussehen wie komische Vergewaltiger, um dann zu sagen, ich heiße Riddler, sondern es wird vielleicht jemanden geben, der sich auch traut, einen Fragezeichenanzug zu tragen. Mal sehen. Mal sehen. Crazy. Punkt zwei von drei ist ein Artikel auf Variety, denn wir hatten hier in den Recaps auch schon kurz drüber gesprochen, warum wir eigentlich den Falcone Papa, also den, welcher ist das, welcher ist das, der Papa, wie hieß der mit vorne? John Turturro. John, nee, 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 nicht den Schauspieler, sondern den Schauspieler. Carmine Falcone. Warum der eigentlich ausgetauscht wurde und zumindest in diesem Artikel auf Variety sagt er, dass das Thema Gewalt gegen Frauen ihn hier so abgeschreckt hat. Letztlich wäre die Gewalt gegen Frauen durch seine Figur im Film The Batman nie wirklich gezeigt, sondern immer nur beschrieben und angedeutet wurden. Ja, stimmt, ist viel besser. Das wäre halt nicht so sonderlich explizit gewesen und in der Serie wäre das dann deutlich eher der Fall, zumindest wahrscheinlich, keine Ahnung, im Rahmen des Skripts oder Konzepts, weil in der Serie selber ist es in der Form ja auch so eigentlich, also dass man ihn jetzt an dem Hals zieht oder so, eigentlich auch nicht gezeigt worden, egal, also das wäre die Begründung, warum er das nicht macht, ja genau, aber im Endeffekt muss man sagen, also unter Umständen haben die ihm einfach auch nicht genug geboten, also der hat wohl scheinbar auch andere Dinge, die er machen kann und unter Umständen war das einfach finanziell nicht attraktiv genug für ihn, so könnte man es auch auch sagen. Transformers. Trance, naja, das war vorher. Ja, ich kann mir einfach vorstellen, dass er das gelesen hat und dachte, boah, das sind so kleine Parts da drin, irgendwelche Flashbacks, finde ich jetzt nicht so spannend, dann war es vielleicht wirklich, geht es darum, dass er ein richtig schlimmer Frauenmörder ist, ja, hat ihn vielleicht einfach nicht so gekickt, aber dass das alles nur angedeutet gewesen wäre in The Batman, wenn ich mich richtig erinnere, gab es noch so ein ganzes, eine Schlusssequenz, wo er irgendwie die Scheiße aus Selina rausprügelt und irgendwie versucht, sie mit seinen Händen zu erwürgen oder sowas. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Er schießt auf sie? Ja. Er schießt auf sie? Er wirkt sie, glaube ich, auch? Naja, also, der war schon. Ich lief's, ich finde es geil, das macht es einfach so lächerlich. Hätte einfach sagen sollen, ich habe keinen Bock. Ja, eigentlich schon. Ihr wollt mich fragen, ob ich der Pinguin sehe. Ja. Er hätte einfach sagen müssen, ich fand's scheiße, weil Batman nicht vorkommt. Dann hätte er so gepunktet. Ja. Ach ja. Hätte doch. Ja. Und letzter Punkt einfach, weil wir es schon angeteast hatten und ich meine, die letzten fünf Minuten, die gönne ich uns noch und es wird nur fünf Minuten geben, weil wir alle relativ müde sind, glaube ich. Lass doch nochmal ganz kurz über Joker 2 sprechen. Ich mache es auch kurz mit wenig Sinn. Oh mein Gott. Mach mir nicht hin. Mach 40 Fassel. Was für eine brutale Aufgabe. Kurz über Joker 2 sprechen. Es gibt schon eine lange Besprechung beim Tele-Stand. Wir müssen das nicht mehr episch besprechen. Aber nicht von uns. Nicht von uns. Ja, ich wollte gerade sagen, aber nicht von uns. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass ihr nicht sofort jetzt nachgucken solltet beim Tele-Stammtisch in der Playlist, dass ihr das sofort nachholt. Aber sagen wir es mal so, ich sage jetzt einfach nur einen Satz und dann reicht es ja auch schon. Ich finde, sämtlichen Hass gegenüber diesem Film ist absolut lächerlich und zeugt davon, dass wir ein Problem mit Media Literacy haben, sowohl im Review-Bereich als auch im kommerziellen Bereich. Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, und ich möchte noch ergänzen, ähm, ich war überrascht, wie lange ich noch an Folie a Deux gedacht habe. Ähm, im positiven wie auch im negativen Sinne. Und das kann man jetzt zum Beispiel von einem Film wie Beetlejuice 2 nicht behaupten, der mich direkt wie, äh, wie, wie der Durchfall nach einem, äh, nach so einem, nach so einem leckeren Popcorn-Abendessen, wo man sich irgendwie so, ich weiß nicht, Cola und Popcorn und Snickers reingehauen hat. Nacho-Käse-Platte. Nacho-Käse-Platte direkt. Irgendwie hat man's bereut in der Nacht und das verlässt dich sofort. Und das kann ich von Folie a Deux nicht behaupten. Das ist ein Film, von dem ich denke, ich verstehe nicht, warum er gemacht wurde. Ähm, ich verstehe nicht, wer das, wer das gegreenlighted hat. Ähm, aber ich bin auch ein bisschen froh, dass einfach auch so ein bisschen sowas produziert wird. Ja, und ich glaube, lass uns wirklich am Ende von, von, von Pinguin, irgendwie, wenn wir die letzte Folge gemacht haben, weil ich glaube, es wird eh keine Season 2 mehr geben, lass uns doch mal noch mal eine Folge über generelle Batman-Media, die aktuell noch existiert und dann hauen wir alles raus. Oh ja, da sammeln wir mal, da sammeln wir mal, da gibt's viele Dinge zu erzählen, das find ich voll cool. Sechs-Stunden-Special. Ja. Wo, wenn nicht beim Tele-Stammtisch. Ähm, ja geil, also ich fand sie tatsächlich nämlich auch ganz gut, aber ich bin auch total simpel und ich mag Musik und ich persönlich höre den beiden auch gern beim Singen zu und das allein hat mir völlig ausgereicht. Ähm, geil. Damit haben wir's gepackt. Wir haben Folge 6 vom Pinguin gerecapt und hatten dabei, ich rede von mich und bei einem Bier in meinem Kopf, aber ich hatte echt eine Menge Spaß und, ähm, ich hoffe, dass euch das ähnlich ging, lieber Maurice, lieber Heiko. Na klar. Und immer. Mal schauen, wann wir Folge 7 bekommen werden. Es scheint so zu sein, wie das bei House of the Dragon auch schon der Fall war, also immer so drei, vier, fünf Tage vor Ausstrahlung und dann, wie das so ist, liebes Publikum, muss man sich eben noch abstimmen. Es gibt ein echtes Leben und so. Man kann nicht immer aufnehmen. Aber jetzt hat's geklappt und wenn ich jetzt die Moderation zu einem Ende bringe und euch darauf hinweise, dass ihr auf tele-stammtisch.de slash Discord dem Dings hier joinen könnt, also unserem Community Hub, dann sind wir fertig und ich kann den Spaß noch schneiden und veröffentlichen. Ja, und ihr habt schon an meiner Notification gerade gehört, ich muss jetzt aufhören. Scheintest du mir leid. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ja, genau. Jetzt muss ich wieder jemanden anschreien gehen. Es war mir wie immer ein Fest. Andi, danke schön fürs Möglichen machen. Heiko, danke für die Einschätzung und fühlt euch alle auf die Stirn geküsst und euch mit einer von, wie heißt der, Maroni gekochten Nudelspeise verwöhnt von mir. Geht mit dem Gedanken aus dem Podcast. Auf Wiedersehen. Vielen lieben Dank. Tschaui. Tschüss. Bye, bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.